Ja hallo, hier ist wieder KWH Sportwetten. Ich wollte euch ein paar Tipps nochmal präsentieren für heute Champions League, morgen Europa League und fürs Wochenende. Und für heute haben wir noch von der 2. Liga einen Tipp. Ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Wenn euch das Video gefällt und die Tipps gefallen, besucht gerne mal die Telegram-Gruppe. Die verlinke ich euch mal unten hier im Video. Und lasst gerne mal ein Like da, wenn euch das Video und die Tipps gefallen. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal los. 2. Liga Osnabrück gegen Jan Regensburg. Da sind wir auf das Head-to-Head, also Tipp bei unentschieden Geld zurück, auf Regensburg gegangen. Die Quote ist 1,75. Osnabrück, das letzte Spiel gegen Braunschweig war Katastrophe. Ich habe es mir live angeschaut. Und Jan Regensburg ist auch noch, sage ich mal, im Abstieg mit drin. Und die müssen langsam mal, sage ich mal, punkten. Und ich denke mal, gegen Osnabrück werden sie zumindest nicht verlieren. Und genau, wie gesagt, da sind wir auf Tipp bei unentschieden Geld zurück zu 1,75. Dann gehe ich heute noch auf die Champions League. Auf ManCity. Da war die Quote vorhin noch bei 1,7. Also ich gönne es Dortmund auf jeden Fall, dass die irgendwie weiterkommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die gegen ManCity irgendwie noch es schaffen. Ja, Guardiola ist ja die letzten Jahre immer ausgeschieden. Aber ich denke mal, jetzt werden sie sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Und werden dann, denke ich mal, auch, weil Dortmund muss ja irgendwann aufmachen, je nachdem wie das Spiel verläuft. Ja, wie gesagt, müssen dann irgendwann aufmachen. Und ManCity muss dann, oder wird dann das Tor machen und, denke ich mal, auch zum Schluss gewinnen. Deswegen gehe ich hier noch auf den Sieg von ManCity. Dann haben wir morgen noch die Europa League. Kleinen Moment. So. Da bin ich auch auf den Sieg von Arsenal gegangen. Also von Arsenal halte ich ja eigentlich die Saison nicht viel. Vor allem in der Liga. Da spielen sie ja manchmal irgendwie, als ob sie keine Lust hätten. Aber ja, jetzt der Europa League ist jetzt die letzte Chance, um überhaupt international spielen zu können. Oder auch, wenn sie dann Europa League gewinnen, in der Champions League. Deswegen werden sie, denke ich mal, bei Slavia Prag mit der vollen Mannschaft antreten und auch alles geben. Und ich sage mal, wenn sie gegen Slavia Prag nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht, was bei Arsenal los ist. Dann kann wahrscheinlich Ateta, ja, am Ende der Saison, denke ich mal, den Hut nehmen. Und genau, also wie gesagt, da würde ich auf Arsenal gehen. Dann haben wir noch einen Tipp in der zweiten Bundesliga. Da würde ich vielleicht noch Kombi spielen mit St. Pauli. Also gegen Würzburg. Also St. Pauli ist ja momentan on fire. Und Würzburg, ja, weiß ich auch nicht. Also die spielen keinen tollen Fußball. Und die holen zwar ab und zu mal einen Punkt, aber... Oder gegen Hannover haben sie jetzt mal drei Punkte geholt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird St. Pauli gewinnen. Und genau, St. Pauli würde ich eventuell mit Red Bull Leipzig kombinieren. Die spielen ja gegen Hoffenheim. Hoffenheim hat am Montag gespielt, gegen Leverkusen war ja auch, sage ich mal, dürftig. Und das würde ich vielleicht kombinieren mit Leipzig in der Bundesliga. Und noch ein Einzeltipp hier. Bochum gegen Hannover würde ich auf Bochum gehen. Hannover auch eine gute Mannschaft. Aber Bochum, denke ich mal, die werden da unbedingt aussteigen wollen. Und ja, die werden dann einfach nochmal einen Tick motivierter sein als Hannover. Und zum 1,85 kann man das, glaube ich, anspielen. Die anderen Tipps, ich habe noch ein paar im Auge, aber noch nicht angespielt. Die werde ich vielleicht nochmal die Tage im Video vorstellen. Oder wie gesagt, besucht mal die Telekom-Gruppe. Da verpasst ihr keine Tipps mehr. Und der letzte Tipp, den habe ich von einem sehr guten Freund, der NBA schaut. Kleinen Moment. NBA, das Spiel Philadelphia gegen Brooklyn Nets. Da, wenn man ein bisschen risikofreudig ist, kann man hier auf das Minus 5,5. Also das Philadelphia 76ers mit 6 Punkten Vorsprung gewinnen. Weil bei Brooklyn Nets fehlt Irving. Durant ist verletzt. Und, Entschuldigung, Harden ist verletzt. Und Durant kommt aus einer Verletzung. Und wie gesagt, mit Kyrie Irving und Harden fehlen schon mal zwei gute Spieler. Und ich denke mal nicht, dass die das gewinnen werden. Deswegen würde ich auf das Handicap 5,5. Also das Philadelphia 76ers mit 6 Punkten Vorsprung gewinnen. Oder, wenn ihr ein bisschen sicherer gehen wollt, geht ihr auf den einfachen Sieg. Und kombiniert das einfach vielleicht mit den St. Pauli oder mit Red Bull Leipzig. Das ist vielleicht auch eine gute Alternative. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne mal ein Like da. Und wie gesagt, besucht meine Telegram-Gruppe. Ich verlinke euch unten nochmal meine Telefonnummer. Und bis dann. Ciao.